Ich habe einen Sepp daneben gehauen. Hey Leute, ich habe es heute gleich dreimal zum Saisonanfang auf Platz 1 der Welt geschafft. Im Moment bin ich auf Platz 11 der Welt. Ich bin auch in die Royal reingekommen. Wir sehen, dass das Game auf jeden Fall gleich an ist. Ich werde auch noch einen Live-Fight machen, würde ich sagen, dass wir vielleicht auch noch live in die Top 10 global pushen können. Wir schauen uns die besten Fights an. Wir beginnen jetzt auf jeden Fall hier mit dem TV-Royale-Game. Wir haben das schon 60.000 Mal angesehen hier im TV-Royale, schon nach 4 Stunden. Es war der entscheidende Kampf um Platz 1 an der Stelle. Ich war Platz 2 und wir spielen hier gegen ein Konterdeck tendenziell eher. Es spielt Funky, Minion Horde Rage mit Magier. Das Deck hat schon mal 20 Siege geschafft, seitdem ist es einigermaßen populär geworden. Wir haben die Pumpe auf der Hand. Er hat sie nicht auf der Hand, was auf jeden Fall mies ist. Aber er macht hier schon mal einen total verrückten Zug und beginnt hier einfach mit einer Pumpe ohne Rage. Ich weiß nicht, wie viel der Rage dazu macht. Ich denke, weil auch der Rage nicht direkt drauf gewirkt hat. Wahrscheinlich nur ein Elixir mehr. Der Rage war für mich schon relativ eindeutig. Er wird auf jeden Fall 3 Musketierinnen spielen, dachte ich mir zumindest zu einem Zeitpunkt. Dann kam der Funky und ich wusste, er spielt keine 3 Musketierinnen. Jetzt war ich völlig ratlos. Ich spiele nie gegen Funky. Ich weiß nicht, wie ich gegen Funky reagieren soll. Und genau das ist eben auch der Vorteil von Funky. Das ist vielleicht eine ziemliche Off-Meter-Karte. Aber das seht euch auch hier an der Stelle an, wie er die Musketierinnen hier erwicht, durch Zufall. Aber man weiß eben nicht, wie man dagegen spielen soll. Wenn man wirklich nie gegen Funky spielt. Das ist total verrückt. Ich wusste nicht, wie ich darauf reagieren soll. Jetzt hat er hier Magier und Funky am Start. Und ich bin schon ein bisschen nervös langsam. Aber ich habe mir gedacht, der Ramox sollte klar gehen. Der kann ja erst mit seinem Leben den Funky-Charge aufhalten. Und dann sollte der Restlichen Barbaren auch noch das Rest aufklären können. Geht einigermaßen klar. Der Funky kriegt keinen Hit raus. Ja, den Magier müssen wir halt durchlassen. Jetzt habe ich überlegt. Ich habe gedacht, das Deck hatte, soweit ich wusste, keinen größeren Spell drin. Habe ich mir gedacht. Ich war mir nicht sicher, ob er noch einen Zap oder einen Ice-Goalum oder sonst irgendwas drin hatte. Weil er muss ja auch nicht die Original-Variante spielen. Und ich war mir nicht hundertprozentig sicher. Jetzt bin ich hier über die linke Seite bewusst, weil ich gehofft habe, dass er vielleicht im selben Moment mit dem Funky über die andere Seite geht. Hat nicht ganz geklappt. Jetzt wusste ich aber schon, aber in dem Moment, er hat irgendwie keinen Konter gerade. Jetzt können wir hier noch Seppen treffen, auch noch die Pumpe und den Funky. Der Turm fällt, aber jetzt haben wir natürlich einen Counter-Push. Das ist natürlich relativ klar. Ich glaube, ich habe mich jetzt entschieden, die Median heute durchzulassen. Weil, wenn ich die Tetra Muskys einsetze oder irgendeine Goblin-Gänge, dann habe ich noch weniger Elixier. Und genau das ist nämlich das Problem. Wir haben jetzt hier einen Funky-Riesen-Push zu verteidigen. Jetzt war ich hier ziemlich nervös. Ich wusste nicht genau, ob wirklich der Funky die Musketierin angreifen würde. Hat er zum Glück einmal nicht gemacht. Der Turm fällt schon mal. Und ich sehe jetzt auch gerade, der hat ja noch eine Musketierin getroffen. Deswegen hat er doch so wenig Damage gemacht. Eine Musketierin ist auch noch weggestorben. Jetzt ist der Funky hier vorne am Turm. Ich bringe defensiv in Rambock, bringe hier noch einen Sepp drauf. Geht einigermaßen klar. Der Funky wird durchgehend angegriffen, aber es ist halt schon relativ schwierig. Ich bringe eine Minion-Horde rein. Das ist relativ schwierig. Ich muss hier auch noch eine Goblin-Gänge setzen schnell. Und es ist hier verdammt schwer, wirklich. Also, Turm ist schon relativ low. Ich habe nur eine letzte Chance. Ich gehe jetzt hier aggressiv rein. Und in dem Moment setze ich den Funky auf die andere Seite. Und ich wusste, es ist meine letzte Chance. Ich muss jetzt absolut reingehen. Der Funky ist gerade draußen. Sepp ist bereit. Ich haue hier ganz schnell einen Sepp drauf. Und wir sind voll am Turm. Und ich wusste, der Turm muss jetzt fallen. Und der Turm fällt auch ganz knapp. Und jetzt wusste ich, meine letzte Chance ist einfach nur noch auf Unentschieden gehen. Er hat einfach den Push zu weit hinten aufgebaut. Zehn Sekunden noch. Aber ich muss nur noch das Ganze aufhalten. Dann habe ich das Ganze gewonnen. Eine Goblin-Gänge nochmal reingesetzt. Eine defensive Pumpe. Das hat nochmal richtig gelegt. Aber es hat zum Glück reicht. Und damit war ich live im Stream übrigens. Alles live im Stream aufgenommen. Auf Platz 1 der Welt. Und dann ist das Ganze auch noch in TV-Royale auf jeden Fall gekommen. Was mich auch gefreut hat. Jetzt würde ich sagen. Einfach ganz schmettan würde ich mal sagen, dass wir noch gerade einen Live-Hight machen. Wir sind gerade auf Platz 12 in Deutschland. Äh, global. Und auf Platz 1 in Deutschland immer noch. Krass. Einfach noch ein Live-Hight zwischen rein. Ist auf jeden Fall unterhaltsam, denke ich. Los geht's. So. Los geht's. Wir haben einen Gegner. Ah. 4.820. Das könnte sogar Platz 1 der Welt sein, oder? Die, die wir gerade spielen. Es kann sein. Ich bin mir nicht sicher. Ah, mieser. Mieser Start für uns schon mal. Wir haben keine Pumpe. Er hat eine Pumpe. Ah, komm. Das geht irgendwie klar. Ich habe jetzt auch reichst darauf geachtet, dass ich kein Elixier groß ausgegeben habe. Jetzt haben wir schon Schaden gemacht. Ordentlich. Nächste Pumpe. Jetzt kann er vielleicht aggressiv mit Rambo reingehen. Was spielt er? Was spielt er? Riese Dark Prince Pumpe? Ich check's gerade nicht. Funky, ernsthaft. Oh, der spielt das Funky Rage, das wir uns gerade... Das ist jetzt so ein Zufall. Der spielt genau das Deck, das wir gerade eben in TV Royale gesehen hatten. Ich habe einen Zap daneben gehauen. Er trifft alles. Es war knapp. Es war knapp. Wenn er gestorben wäre, hätten wir jetzt das Ganze gewonnen gehabt sogar. Er hat keinen Zap drin. Ah, der Dark Prince ist halt auch mies. Wir lassen den Dark Prince komplett durch. Der wird wahrscheinlich durchchargen. Das ist miese Wald echt, dass der Funky auch noch den Turm getroffen hat. Wenn er nicht den Turm getroffen hätte, wäre es gut gewesen. Sehr gut. Funky kommt. Das hört sich nicht so unheimlich an. Funky kommt. Das ist halt, wenn man es alle holen würde. Ja, er hat auch noch den Magi jetzt dabei. Oh, die Wette, das wird jetzt gewackt werden. Das wird jetzt richtig gewackt werden, alles. So, wir haben nun nicht verloren. Ich muss verrückt sein. Ich bin nicht mehr die andere Länge reingegangen. Der Musketierin ist gestorben, leider. Es war verrückt. Es war verrückt. Schade. Ich hoffe, dass er vielleicht irgendwie noch was in der Moment über die andere Länge sitzt. Wenn ich über die richtige Länge gegangen wäre, hätten wir vielleicht eine Siegschance gehabt sogar. Oder der Rambo connectet noch. Oh, knapp. Hätten wir gewinnen können. Er hat keinen großen Spell drin. Das wäre der Vorteil gewesen. Wie viel da ist er denn jetzt global? Das lacht er auch noch. Unnötig sowas. Der müsste jetzt Platz 1 der Welt sein, oder? Ja, der ist Platz 1 der Welt damit. Okay, krass. Da haben wir gerade jemanden Platz 1 der Welt ermöglicht. Wir wollen jetzt aber trotzdem nochmal gewinnen. Zum Abschluss der Folge auf jeden Fall. Wenn wir gewinnen, kriegen wir wieder etwas mehr Pokale dazu. Nächstes Game. Ich habe mich gerade eben noch immer darüber aufgeregt, dass der Funky alle drei Musketierinnen getroffen hat. Und den Turm. Das war so bitter, wie dieser eine Schuss. Der hat uns das komplette Game gerade gekostet. Trotzdem, wenn wir jetzt hier gewinnen, sind wir auch verdammt hoch immer noch. Wäre ein Top. Er wäre Platz 1 in Deutschland wieder. Das ist Prinz. Ähm, also Double Prince Zep Bait Ist das. Und wir haben eine richtig, richtig beschissene Hand. Es geht nicht anders. Willst du jetzt hier einen Poison draufhauen? Ja. Sowas ist Frust. Wir konnten nichts machen. Wir konnten nichts machen. Wir hatten keine Pumpe auf der Staterhand. Wir hatten dann keinen Riesen, als er einen Riesen gesetzt hat, um irgendwie vielleicht seinen Push aufzuhalten. Wir hatten keine Ramburg, um vielleicht irgendwie den Dark Prince ein bisschen aufzuhalten. Das war jetzt aber auch nicht gut von mir. Damit wir verdammt viel Schaden machen. Das ist jetzt echt. Also das ist auch noch der Pumpe jetzt hier. Na gut. Das Game ist noch nicht rum. Sehr schön. Die Federmäuse bringen gar nichts. Kannst wahrscheinlich Seppen einfach. So. Soll ich jetzt die nächste Pumpe setzen? Oder soll ich jetzt eher mit einem Riesen reinnehmen? Ich bringe die nächste Pumpe. Das ist riskant. Das kann gut werden. Wir haben einen fetten Elixier-Vorsprung. Wir können auch ein Comeback landen. Ich glaube, es war jetzt aber nicht so gut, dass wir die Musketieren zugesetzt haben. Weil jetzt kann er vielleicht einen Poison drauf holen. Schauen. Schwacher Poison von ihm. Der ist richtig schwach. Er hat gesappt. Ah, die Bats von ihm. Die killen uns gerade. Die haben uns jetzt richtig gekillt, die Bats. Ich habe gesagt, wir hatten noch eine Chance. Wir hatten noch eine Chance. Noch eine? Ah, der kam ganz knapp rechtzeitig. Boah, wir hatten sogar fast noch die. Ausgleich. Wir haben noch nicht verloren. Wir haben noch nicht verloren. Okay, jetzt ist es knapp. Ich glaube, wir gewinnen das. Wir gewinnen das. Geil. Haben wir noch gewonnen. Ich fasse es nicht. Ich verstehe gar nicht, wie er die Musketiere noch durchgelassen hat. Wahrscheinlich hat er auch ein bisschen weniger Elixier gehabt. Wir haben die Musketiere noch durchbekommen. Ich habe direkt gesagt, wir können auch in Comeback landen. Wir haben es gelandet. Ich denke, das war für die Live-Folge noch mal ganz nice. Haben wir noch mal ein paar Pokale dazugewonnen auf jeden Fall. Sind jetzt damit Elfter global und Erster in Deutschland. Ich würde sagen, wir machen noch einen weiteren Fight. Dann wären wir Top 10 global auf jeden Fall. Let's go. 4826. Ich weiß gar nicht, wie hoch das ist. Vergleichsweise mit uns. Jedenfalls ist ein Fakt. Wenn wir jetzt gewinnen, wären wir Top 10 der Welt. Top 1 in Deutschland sind wir sowieso gerade. Mal schauen. Ich habe nicht mehr Glück. Nein, der ist durch. Okay, Sepp nochmal. Oh, der Dark Prince. Boah, der tut richtig weh. Was macht? Jawoll. Feuerball rausgehauen. Optimal. Genau das wollte ich. Jetzt können wir eigentlich... Nächste Pumpe. Wir werden jetzt irgendwie aggressiv reingebringen. Einfach drei Muskies. So, diesmal klappt es mit dem Streckt. Das können wir die Glaublinggänge herbringen. Hatten sie das jetzt mehr Elixir gekostet als ihn? Sieben gegen sieben war es, glaube ich, oder? Geht klar. Das war nicht stark von ihm. Nächste Pumpe. Wir haben wieder eine Pumpe. Er wird jetzt wahrscheinlich den Feuerball raushauen, denke ich mal. Und er macht sowas. Er macht sowas. Mist. Turm wird vor allem mit dem nächsten Feuerball. Er wird den Feuerball wahrscheinlich raushauen. Hä? Er macht das ganz komisch die ganze Zeit. Ich check das nicht so ganz. Das hat die ganze Zeit gemacht. Warum geht er jetzt hier mit dem Darkwinds rein? Ich check es nicht ganz. Es sieht gut aus. Sieht verdammt gut aus. Er macht das ganz schlecht. Das ist einfach ein Fakt. Er macht das nicht gut. Das müssen wir normalerweise gewinnen. Das wäre nicht gut, was er da gemacht hat bisher. Er muss auch immer noch ein Feuerball auf den Turm draufhauen. Vielleicht macht das jetzt. Jetzt wird eigentlich ein guter Zeitpunkt. Er kann jetzt hier die Pumpe auch treffen. Ich glaube, wir gewinnen das. Ich muss eigentlich jetzt hier links einen Feuerball draufwerfen. Jetzt hier den Minion heute. Ich zapp ihn hier. Ich bringe die nächste Goblin Gang rein. Das war nicht optimal. Der Darkwinds reingebracht. Doch, wir sind durch. Wir sind durch. Und er muss immer noch einen Feuerball... Er muss immer noch... Er muss halt immer noch rechts den Feuerball rauswerfen. Das ist das Bittere für ihn. Ja, wir sind sowas von durch. Haben wir gewonnen. Hat er nicht gut gespielt. Prinz charged nochmal wahrscheinlich. Jokens aber überhaupt nicht mit ihm gewonnen. Sehr schön. Ja, gutes Spiel bei Blade. Damit sind wir am Ende der Folge... Fast sogar mit 3-0. Sind wir am Ende der Folge auf jeden Fall noch... In den Top 10 der Welt sogar live. Krass. Also das war es echt... Er hat... Er hat einfach einen Feuerball draufwerfen müssen. Er hat immer wieder einen offensiven Prinz oder irgendwas Offensives gemacht. Plus 35 war das gerade. Der war richtig hoch. Der war Platz 3 oder so global. Wir sind trotzdem nur knapp 10. Ja. Ne, 6. Okay, ich dachte gerade... Hat nicht aktualisiert. Damit sind wir am Ende der Folge nochmal 6. Live der Welt. Sehr schön. Sind natürlich wahrscheinlich genau weiter in 1. In Deutschland. Vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Schaut euch ja noch das Video im Abspann an. Wie immer ist ein gutes Video im Abspann verlinkt. Ich suche mir immer extra aus, die Videos. Ich suche mir normalerweise immer Videos aus, die... Obwohl sie gut waren, zu wenig Aufrufe bekommen haben. Zum Beispiel dieses eine Push-Video, was kaum Aufrufe bekommen hat, obwohl es total spannend und unterhaltsam war und gute Leistung war. Schaut gerne nochmal ein Video vorbei, wie gesagt, im Abspann. Und ich bin damit raus, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Video.